Heute ist Dienstag der 13. Dezember. 13 ist normalerweise eine Unglückszahl, aber die bringt Ihnen heute vielleicht Glück, denn unser Türchen wird heute präsentiert von Kolossa. Wer findet es nicht cool, einmal endlich nach Lust und Laune Kleidung und Accessoires zu shoppen? Heute können Sie das Startkapital für ein ausgedehntes Shopping-Erlebnis gewinnen. Das Türchen wird von Kolossa, das Modehaus in der Georgstraße in Nienburg, zur Verfügung gestellt. Und Sie können gewinnen. Und zwar einen Gutschein im Warenwert von 50 Euro. Bei Kolossa, Erlebe Mode und mehr. Das gesamte Kolossa-Team wünscht eine frohe Weihnachtszeit. Wenn Sie also vor Weihnachten nochmal richtig schön shoppen gehen möchten, für sich selbst, für Ihren Liebsten, als Geschenk, für was auch immer, gewinnen Sie heute diesen 50 Euro Gutschein vom Modehaus Kolossa. Jetzt anrufen 050 21 40 30 Nienburger Vorwahl und dann die 40 30. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Radio Mittelweser. Wir sind von hier.